Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den neuronalen Netzen. Heute geht es um den Softmax-Error. Ja, warum solltet ihr überhaupt eine andere Error-Funktion benutzen und warum gerade Softmax und was das genau ist, werden wir gleich besprechen. Und zwar, erstens, warum solltet ihr Softmax benutzen? Naja, nehmen wir mal an, wir wollen eine Klassifikation haben. Das bedeutet, wir haben hier irgendwelche Eingabe-Vektoren und am Ende soll rauskommen 1 bei O1, wenn es zur Klasse 1 gehört. Also hier 1 und die restlichen sollen ja dann eigentlich alle 0 sein. Okay, wenn hier bei der 2 eine 1 rauskommt, dann soll bitteschön die Klasse 2 die Klasse sein, die dazu passt, also zu unserem Input. Und bei 3, wenn hier eine 1 rauskommt, soll Klasse 3 sein und so weiter und so fort natürlich. Okay, aber es soll bei nur einer einzigen Klasse eine 1 rauskommen oder was sehr nah ist bei 1 und beim Rest soll eine 0 rauskommen. Ja, das Problem ist jetzt allerdings, wenn wir hier uns angucken, wir haben sagen wir mal 26 verschiedene Klassen. Okay, und das ist zum Beispiel bei Handschrifterkennung, da haben wir 26 Klassen allein, wenn es um die kleinen Buchstaben geht. Okay, jetzt haben wir 26 Klassen hier und 25 davon soll 0 sein und eine soll 1 sein. Naja, was unser Netz dann meistens macht, ist, um den Fehler, den es macht, zu minimieren, was ja der Sinn von dem Netz ist. Also der Fehler will minimiert werden. Das bedeutet, normalerweise gleicht sich euer Netz so weit an, dass es dann am Ende überall 0 rausbringt. Weil das ist relativ nah dran an dem, was ihr wollt. Es hat nämlich nur eins falsch. Ja, blöd gelaufen. Und wenn es das eben die ganze Zeit macht, dann habt ihr hier permanent keine Klassenzugehörigkeiten. Deswegen gibt es die sogenannte Softmax-Funktion. Die Softmax-Funktion sagt, okay, ich hätte gerne so eine Eigenschaft hier, dass es genau zu einer Klasse gehört und das soll möglichst funktionieren. Das heißt, wir wollen insgesamt über alle hier drüber summieren können, über alle Outputs und insgesamt soll dann eins rauskommen. Okay, also zur Softmax-Funktion selber. SM steht für Softmax. Bitte denkt jetzt nichts Versautes. Wir nehmen hier einfach E und potenzieren mit der Net-Funktion. Also wir bekommen ja bei der Softmax-Funktion immer nur Net rein. Also die Summe von irgendwas. Ihr erinnert euch noch an unser Perzeptron hier. Wir bekommen die Summe rein von gewissen Xen, also dem Feature-Vektor X mal dem Gewichts-Vektor W. Und den Gewichts-Vektor W wollen wir optimieren. Das machen wir. Das haben wir die letzten paar Male die ganze Zeit besprochen. Dann summieren wir das Ganze auf und dann packen wir das alles in eine Funktion Phi. Und diese Phi-Funktion war bisher meistens die Sigmoid-Funktion hin und wieder auch mal Threshold. Oder wie hieß die andere Funktion? Keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall, dieses Mal wollen wir die Softmax-Funktion benutzen. Und ja, die ist ein bisschen anders. Die sieht so aus. Okay. Die Softmax-Funktion ist eigentlich ziemlich nützlich, weil die liefert uns dann eine Wahrscheinlichkeit. Also wir nehmen hier erstmal E hoch Net-I. Und dann summieren wir über alle anderen Vektoren oder besser gesagt über alle anderen Gewichte und über alle anderen Nets, die wir hier finden können in unserer ganzen Schicht. Das heißt, wir betrachten, wenn wir den Gewichts- oder wenn wir hier diese Net-Funktion auf diesem Neuron berechnen, betrachten wir nicht nur das Neuron hier, sondern wir betrachten jedes andere Neuron auch. Aber nur, um zu normalisieren und hier am Ende was rauszubekommen, was eben dann nicht E hoch Net-I ist, sondern ein normalisiertes E hoch Net-I, was dann eben insgesamt aufsummiert bei allen Outputs. Also wenn ich hier aufsummiere, alles was die Dinger hier ausspucken, wird gesamt 1 sein. Und das ist genau der Sinn davon. So sollte das ja auch sein. Da braucht man dann natürlich noch irgendwelche effizienten Taktiken, wie man dieses Net von jedem einzelnen Neuron in derselben Schicht irgendwie sharen kann. Aber das kann dann eben die Schicht, das ist ja eigentlich auch eine Klasse. Eine Schicht ist eine Klasse aus Neuronen oder eine Klasse, die Neuronen hält. Und diese Schicht kann dann diese Aufgabe hier mit dem sharen von dem Net-K oder Net-I, je nachdem welchen Index ihr wollt, übernehmen. So, das bringt uns wie gesagt eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir haben hier eine Wahrscheinlichkeit als Ausgabe, nämlich die Klassenzugehörigkeit. Also, wie wahrscheinlich ist eine Klasse gegeben unserem Trainingsbeispiel oder unserem echten Beispiel X? Vorsicht, das gilt nur, wenn man genug Trainingsbeispiele hat, denn ansonsten ist das Ganze natürlich noch untrainiert. Und ja, wir bekommen insgesamt Ausgaben beim Training. Also, wir trainieren ja wieder mal überwacht und wir wollen jetzt hier tatsächlich perfekte Ausgaben haben. Das heißt, wir wollen, wenn es ein A ist, zum Beispiel hier eine 1 haben, wenn es ein B ist, hier eine 1. Und ansonsten wollen wir wirklich überall nur 0 haben. Aber das habe ich euch ja vorhin schon erklärt. Und beim Training sollte diese Klassifikation wirklich eindeutig sein. Am Ende wird wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit hier rauskommen. Das heißt, wir bekommen hier vielleicht 0,2 raus, hier 0,8. Und bei den restlichen alles 0. Das heißt, wir haben ein B mit 80% Wahrscheinlichkeit und ein A mit 20% Wahrscheinlichkeit. Okay, so, jetzt haben wir eine andere Funktion, eine andere Phi-Funktion genommen hier. Jetzt brauchen wir normalerweise auch noch immer eine andere Error-Funktion. Und in dem Fall vom Softmax hier wollen wir nicht den Softmax-Fehler, sondern wir wollen Cross-Entropy berechnen. Und wie wir wissen, müssen wir, um nachher mit den Ableitungen von irgendwelchen Cross-Entropy-Errors klar zu kommen, müssen wir erstmal diese Funktion hier ableiten. Deswegen machen wir das jetzt noch kurz. Cross-Entropy machen wir dann im nächsten Video. Und hier soll es jetzt noch kurz um die Ableitung von dem Softmax-Error gehen. Ist aber nicht so schwer. Keine Sorge. Ich werde euch die jetzt nicht vorrechnen, weil die sind, ja, es dauert Ewigkeiten, bis man sie vorgerechnet hat. Und deswegen spare ich euch das einfach mal. Ihr dürft mir einfach glauben, wenn ich euch sage, die Ableitung von unserem Softmax. Ich schreibe jetzt hier nicht überall dieses komische Zeug hin, sondern ich schreibe einfach Phi-Strich von X hin. Das geht schneller. So, was ist denn unsere Ableitung von dem X jetzt? Naja, was am Ende bei rauskommt, ist Phi von X minus Phi von X und das Ganze quadriert. Also das hier quadriert. So, okay. Das heißt, wir haben hier einmal Phi von X ausgerechnet minus Phi von X zum Quadrat. Okay, so ist es ganz praktisch. Damit kann man super umgehen. Wenn ihr es genau ausrechnen wollt, dürft ihr das Ganze einfach mal selber ableiten. Und zwar nach NetE. Das ist allerdings nicht ganz so einfach und vor allem dauert es eine halbe Ewigkeit. Ich glaube, das braucht ihr nicht unbedingt. Ich habe euch jetzt genug mit Ableitung gequält. Nächstes Mal werde ich euch auch nochmal mit Ableitung quälen, aber nur von dem Cross-Entropy-Error. Und damit reicht es dann eigentlich auch. Okay, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Und ihr wisst jetzt, was man bei Klassifikationen gut verwenden sollte. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es um Cross-Entropy-Error geht. Okay, bis dann. Ciao.